Hast du eine Idee für einen Film? Oh, ich habe dir doch von diesem einen Film erzählt. Der ist so gut. Das ist der beste Film aller Zeiten. Die Action ist so gut. Und die Story passt am Ende. Und der beste Twist der Filmgeschichte. Ja, aber du hast ihn doch schon gesehen. Ja und ist das schon ewig her, wirklich. Nein, aber ich weiß, dann guckst du mir die ganze Zeit zu, wie ich den Film gucke. Dann komme ich mir so vor wie so ein Reaction-Video. Nein, wirklich. Bitte, glaub mir. Nein. Du wirst ihn auch geil finden. Es wird dein neuer Lieblingsfilm. Hundertprozentig. Der ist so geil. Ja, okay, gut. Dann gucken wir mal. Sag mal, hast du eigentlich von Anja und Frank gehört? Die sind getrennt. Was? Ja, voll krass. Ach warte mal, ist das der mit Kevin Spacey? Ja, genau. Ja? Mhm. Ach, cool. Okay. Was hast du gemacht? Hm? Ich hab angehalten. Du hast ne Frage? Nein, du kannst ruhig weitermachen. Das ist ja nur der Anfang. Das sind nur die Filmlogos. Ja, aber da muss man schon... Deswegen hast du den Film jetzt angehalten. Ja, die sind ein bisschen anders. Die sind so ein bisschen dunkler in dem Stil des Films. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Got it, okay. Okay? Ja. Der Rechte ist der Bruder von dem einen und die müssen jetzt zusammen... Die Heimakte von der Agentin. Und wer ist das jetzt? Das ist der Bruder. Ach so. Von wem? Ich bin wach. Ja, okay. Ich will nur, dass du den Film siehst und gut findest. Oh mein Gott, was ist das denn für ein lächerlicher Anzug. Siehst du den ganz rechten, da? Ja, das hat man damals nur getragen. Nein, das sieht doch total albern aus. Nee, das ist nicht albern. Das ist der Kleidungsstil aus der Zeit. Sehr gut gebrochen, finde ich. Was, was, was? Hol kurz was zu trinken. Was? Aber der Film, ich... Ich komm sofort wieder. Okay, ich halte kurz an. Nein, nein, nein. Es dauert nur eine Sekunde. Ich komm sofort wieder. Mein Gott, wie lange brauchst du denn mit dir Getränken? Hier, hier, hier. Okay, danke. Cheers. Er ist beide Personen. Wie gut ist das denn? Ah, ja. Ah, geil, ja. Nee, nee, ich glaub ich hab das irgendwo gesehen auf so einem YouTube-Kanal. Also so die besten Film-Twists aller Zeiten. Da kannte ich das. Ja, vielleicht suchst du den nächsten Film aus. Okay. Ja. Ich muss gerade meine Brille holen. Gute Arbeit. Originals.